Hallihallüchen liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Am Rande des Schicksals Mein Pegel geht wieder hoch Das war ein Screamer Ja, ja, sagen wir einfach, das war ein Screamer Ich glaube, ihr habt jetzt alles gesehen Auf Antwort des Programms warten Goddammit Erstmal ein Whisky Wenn mich da nicht gleich jemand bekommt Oder einmal kommt Oder beides Und vorn kommt Ceratul Ich bringe düstere Kunde Ceratul Ich blickte hinter die Schleier der Zukunft und sah dort nur Dunkelheit Doch ein Funken Hoffnung bleibt Ihr werdet ihr Leben in Händen halten Geheimnis Das Schicksal aller Steht auf dem Spiel Ich sehe Nur Dunkelheit Hat mich auch gefreut Oh mir Die Missionen werden toll Ähm Und das eine von Xil ist anders als die anderen Okay Na, richte mal lieber nichts irgendwo hinaus Doc So wie sie gerade sind Gefällt sie mir eigentlich ganz gut Na, wohl wahr Was ist denn das für ein Objekt Stammt es von den Protoss Allerdings Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen Das ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg Als irgendeiner dieser Experten Von denen ich gelesen habe Ja, wenn du noch nie mit ihnen gesprochen hast Sondern nur von ihnen gelesen hast Kann ich mir vorstellen, dass du nicht viel von ihnen hältst Mit was? Ja, das machen wir Ich liebe die Zerg-Protoss-Mission Die sind mir richtig cool an Erinnerungen geblieben Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber Ich habe gute Erinnerungen daran Die Musik ist cool Du hast eine kleine Reflexion Ich fahre in Einsamkeit Auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung Die angeblich die Rückkehr der Xel-Naga voraussagt Den alten Göttern Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan Ulan? Wo ich Teile der Prophezeiung fand Doch war ich nicht der Erste Der sie entdeckte Nun liegt es bei euch Alter Freund Meine Erinnerungen zu durchleben Und zu verstehen Ich glaube wir spielen nämlich jetzt ein Held Vielleicht ist mir deswegen so gut in Erinnerung geblieben Wir haben einen Held Das muss eine gute Erinnerung sein Gleich geht es wieder Der Pegel nach oben Schießt der Pegel nach oben Oh Cinematic Der Zergschwarm kam wie prophezeit Und die Protos, erstgeborene der Götter, stellten sich hin Die Xel-Naga Unsere Schöpfer Nun kehren sie zurück Doch bedeuten sie Rettung Oder Untergang Vielleicht beides Die Xel-Naga Ich wusste du würdest hierher finden Mit der Zeit Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen Ihre Anwesenheit wird die Galaxie entflammen Möglich Doch werdet ihr es nicht erleben Bitte Unser kleiner Streit ist bedeutungslos Ein Stundzug auf den nichts aufhalten kann Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden Mit der Zeratul Hahn Wollhäis 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 Lüft Wollhäis 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 Das ist Wollhäis Wollhäis Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich fehlt, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Jetzt weiß ich auch, warum ich so gut erschien. Nein, Spaß. Hm, sieht nicht mehr sehr nach einer Mission aus, ne? Ah, doch. Ich rede jetzt extra nicht, wegen dem Pegel. Ich möchte nicht, dass ihr euch erschreckt. So, viel besser. Ach doch, ja. Er kann dauerhaft getarnt. Zeratul ist dauerhaft getarnt. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Meine Ergebenheit. Ja, wegen Rundi einfach. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Und vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, die Protoss erinnert noch sehr doll an die Dränei. Und das hat auch tatsächlich einen Grund, denn die Dränei sind den Protoss nachempfunden. Natürlich existierten die Protoss zuerst. Und dann kamen die Weltraumziegen, die schönen, hübschen, blauen Weltraumziegen, in Wirri. Sporenkrabler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Okay. Oh, ich stand fast drin. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin... Dieser Sporenkrabler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Wieso? Kein Problem. Bitte. Bitte. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Yeah. Bitte tschüss. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zerratur? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt euch, die meine Ergeben so viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Ach so. Gut, jetzt haben wir gleich gehört, was sie gesagt hat. Hm. Oh. Wir haben Ferdaten bekommen. Das ist schön. Ehre, ich darf, schwer wiegt meine Bürde. Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von ihr. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gut, die können sie alle teleportieren. Euch gehört meine Ergebnis. Das wusste ich auch nicht. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranraten. Ich liebe den. Ich liebe den. Der ist so cool. Ich bringe Weisheit. Ich bin das Herr. Ich suche einen Kall. Was ist euer Beginn? Idiotin. Wie ist das Menschen die größte Niederlage? Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Genau. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen oder wir werden in Stücke gerissen. Er ist der einzige, der nicht rübergekommen ist. Kacke. Sprech dir nicht an. Wie Schussack Mock Null. Euch gehört meine Ergebenheit. Genau. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Eigentlich würde ich gerade was erzählen. Ich werde meiner Bestimmung schwer riecht meine Würde. Und zwar gucke ich nämlich gerade das Anime Psycho-Pass. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, tatsächlich, weil ich es nämlich schon mal angefangen habe und dann aber relativ schnell wieder abgebrochen habe. Aber, ich habe es noch mal angefangen und ich finde es echt super. die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Rasha Gall. Lok nur Rasha Gall. Lok nur Rasha Gall. Was ist euer Begehr? Schwer wiegt meine Würde. Achso, wir müssen drei von diesen Zerk-Dingern sowieso vernichten. Ja, gut. Ähm. Genau. Was wollte ich erzählen? Psycho-Pass. Psycho-Pass, ein extrem geiler Anime. Es geht darum, dass die ganze Welt von dem sogenannten Civil System übernommen. Oder beziehungsweise, es kam der dritte Weltkrieg, sehr viel wurde zerstört. In Japan herrscht sozusagen das Civil System. Alles andere ist am Arsch, außer Japan. Wie immer. Euch gehört meine Ergebnisse. Euch gehört. Ich suche den Pfad der Erlösung. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Wunderbar. Sprecht ihr mich an? Ehre. Deine Hoffnung ist nur Täuschung. Alter Narben. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüber zu stehen. Oh mein Gott. Ich glaube, aber Kerrigan kann halt die Gedanken von Serratolese dort, aber wo ihr ja Hoffnung seht, einfach nur Niederlage und Idiotie. Ähm. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetza, erledigt sie aus der Entfernung. Sprecht ihr nicht, du Serf, von Inser. Schwer wiegt meine Würde. Was ist euer Weg? Schon sagt noch nur. Oh. Eine kann Serratol kein Leben verloren. Ähm. Genau, was wollte ich sagen? Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Genau, da herrscht das Sibyl System. Das Sibyl System ist ein System, in dem alles, was die Seele ausmacht, in Zahlen und in, ähm, den sogenannten Psycho-Pass, also der Psycho, ähm, Pass, der Psychen-Pass, der Pass deiner Psyche, ähm, gespeichert wird. Was bedeutet, diese Brutstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Ich sehe mich an. Genau. Ähm, was heißt, dass deine ganze Psyche, ähm, kategologisiert wird, alles in diesem ganzen System darauf abzielt, dass wenn diese Psyche überschritten wird, der wir gesagt haben, Psycho-Level, ich glaube einmal, die erste Grenze ist 50, da ist sie erhöht, die zweite Grenze ist 100. Und wenn du über 100 bist, dann musst du in eine psychische Klinik, oder und, 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 und. weißt uns den Weg. Ähm, ja, das ist halt sozusagen das System. Und alles, jegliche Straftat, die du übergehst, und jeder Polizist und alles, kann dich nur ausschreifen, wenn dein Psycho-Pas halt so und so hoch ist. Weil alles, dieses ganze System darauf basiert, dass das funktioniert. Stachel-Krabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Mhm. Euch wird meine Ergebenheit. Genau. Dass alles halt diesem Psycho-Pas dient, und alles, ähm... Reicht ihr mich an? Wir sind eins mit den Schatten. Der hohe Templer-Karas ist ganz in der Nähe. Das ist... Alles dient diesem Psycho-Pas, und alle glauben an den Psycho-Pas. Und, äh, das ganze System basiert halt darauf, dass keine Straftaten passieren können, wenn dieser Psycho-Pas halt niedriger halten wird. Und die ganze Gesellschaft kennt keine Gewalt mehr. Kann ich nicht mehr erkennen. Oh. Oh. Salut. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Es ist mir wenigstens auch, was Kerrigan gemacht hat. Während sie weg war. Ähm, ja. Und an dem Fall, ähm... Niemand kennt mehr Gewalt, beziehungsweise Gewalt existiert noch, aber die Menschen nehmen sie nicht mehr als solche wahr und sind an sich alle ein bisschen doof, ein bisschen abgestumpft, alle ein bisschen weg, weit vom Schuss. Ich werde mein... Was ist denn? Seratul, könnt ihr die fliegenden Zerk übernehmen? Sich ich. Oder auch nicht. Ach, ihr Vollidioten. Spüren. Vernichte diese Nydos-Würmer. Sonst werden die Zerk uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer. Begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Brüder helfen. Heute kommt's noch. Seratul hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor. Die Prophezeiung weist uns nicht. Gut, ähm, ich glaub, ich sollte nicht mehr darüber reden. Zack, ich fest. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Seratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Oh Gott, sieht die hier komisch aus. Im Game. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ey, du bist halt cool. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Seratul. Die Zukunft hängt davon ab. Seratul ist schon ein cooler Typ. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Ich werde meine Besche... Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerbler entdeckt und die Prophezeiung verloren ist. What the heck, ey? Die Prophezeiung weist uns den Weg. Die Lehre gebietet. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Gott, ey, wie viele. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Gut, geht er ruf. Gut. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sarkul. Töten wir nicht die ganze Zeit? Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Sind das eigentlich die Protos-Fragmente, die wir gerade sammeln? Die er da gerade sucht? Oh, ich habe ein Dings vergessen. Ja, gut. Wir haben keinen einzigen Erfolg. Die gemalten Bilder sehen immer super aus, ne? Gut, aber ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Bye.